Tag 4 unseres Adventskalenders mit den Pechkeksen. Wir sind in Karlau in der Stadthalle. So sieht die aus. In der Stadthalle gibt es auch Basketball und so. Und jetzt müssen wir erstmal was essen, denn auf Tour gibt es nichts zu essen. Aber, das gibt es später hier, Tomatenbrote mit Paprikacreme. Vierter Tag des Advents. Du wurdest gerade enterbt, du wurdest gerade enterbt.